Wir haben ein weiteres Highlight für mich vorbereitet. Nicht etwa, dass er denkt, weil der gelbe Sack hier hinten zugegangen ist. Es wäre jetzt Schluss. Nein, weit gefehlt. Wir waren letzten Sommer in Schottland und wir haben dort in den schottischen Highlands einige Vertreter vom Clan der McKenzies getroffen und sie schnurstracks hier angebracht. Schottland 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 Schwiebel Schottland 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 Der Mann ist so cool, du hörst, du hörst, du hörst, du hörst, du hörst, du hörst. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. One, two. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.